Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich frage mal, ob das jetzt sofort geht. Guten Tag. Ich habe eine Frage. Mein Wagen braucht dringend einen Ölwechsel. Eine Ölwechsel oder eine ganze Inspektion? Wenn Sie eine komplette Inspektion machen könnten, wäre das klasse. Ja, gut, dann bringe ich das Auto mal rein. So unkompliziert und schnell kann es gehen, wenn die Werkstatt an das System Postmaster angeschlossen ist. Wie es genau funktioniert, erklären wir Ihnen gleich. Wir werden jetzt sehen, wie einfach es ist, mit dem Postmaster Aufträge zu versenden. Wir werden nun einen Auftrag aus einem Werkstattsystem über Postmaster an eine Leasinggesellschaft versenden. Natürlich ist auch das Versenden an eine Versicherungsgesellschaft im Schadenfall möglich. Wir haben nun einen Werkstattauftrag im richtigen Status geöffnet, welchen wir an den Postmaster zum Versenden hochladen. In unserem Beispiel ist unser Werkstattauftrag zur Freigabe mit allen relevanten Daten erfasst und schon fertig zum Versenden. Wir bestätigen nun die Schaltfläche Datei und geben einen Druckbefehl. Unser Werkstattauftrag ist nun zum Ausdrucken markiert. Zum Versenden klicke ich nun die Schaltfläche Drucken. Im Hintergrund passiert nun Folgendes. Der Werkstattauftrag wurde erfolgreich hochgeladen und der Postmaster automatisch gestartet. Über unseren Postmaster können wir Leasingunternehmen sowie Versicherungsgesellschaften und Partnerwerkstattnetzwerke ansteuern. Ich wähle nun den Empfänger aus, an den der Auftrag gesendet werden soll. Weiterhin die Vorgangsart und das Kennzeichen des Versicherungsnehmers. Wir sehen nun, dass die Schaltfläche Absenden freigegeben wird. Jetzt klicke ich die Schaltfläche Absenden. War das Versenden erfolgreich, erscheint ein Bestätigungsfenster. Alle von Ihnen versendeten Vorgänge werden im Postbuch festgehalten. Weiterhin erhalten wir zur Kontrolle eine E-Mail, in der nochmal alle Informationen enthalten sind, welche wir versendet haben. Sie erhalten nun im Anschluss eine E-Mail, die uns die Freigabe zur Wartung bzw. Reparatur gibt. Sie können im Anschluss an die durchgeführte Wartung bzw. Reparatur mit der gleichen Vorgehensweise Ihre Rechnung zum Vorgang auch mit dem Postmaster verschicken.